Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 67 und ich hoffe ihr hattet wie immer eine wunderschöne Woche. Der Alpcast, ich sag's gleich vorweg und ihr werdet das auch sicher schon bemerkt haben, wird heute ein wenig kürzer ausfallen. Ich bin immer noch etwas angeschlagen, aber jedenfalls möchten wir heute, auch wenn die Würze in der Kürze liegt, nicht vergessen, dass das Wetter mal wieder richtig schlecht ist. Mich gerade stört es nicht unbedingt, es ist natürlich immer ein bisschen schade, aber vor allen Dingen, wenn auch wieder der Schnee in den tieferen Lagen kommt, das ist natürlich immer etwas ekelhaft. Aber freut euch auf kommende Woche, da geht's auch bei der Alpenbackademy auf YouTube nochmal kurz um das Thema Altschnee und wie man damit umgeht, beziehungsweise geht's auch ein bisschen um die Frage, was soll man da eigentlich mitnehmen, was ist da eigentlich ein sinnvolles Tool, um Altschneeproblematiken, aber auch am Gletscher vielleicht unterwegs zu sein. Bleibt jedenfalls gespannt am Dienstag dazu mehr. Heute sprechen wir über ein Thema, über das ich eigentlich, und da bin ich zu 100% ehrlich, nicht gerne sprechen will, aber es hat mich in den letzten Wochen immer wieder mal so ein bisschen ergriffen, es hat mich immer wieder mal, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, auch zufällig wahrscheinlich jetzt, weil einfach die Winterpause im Klettern wieder vorbei ist und deshalb viele Leute wieder an den Fails gehen und da kriege ich jetzt eben die ein oder anderen Nachrichten in den letzten Monaten zu genau diesem Thema. Wir müssen also heute über die unschöne Seite der Bergsportkultur sprechen. Wir sprechen also über Sachsen. Nein, Quatsch. Wir sprechen natürlich über Nazis. Aber das wäre das jetzt Haftspalterei? Nein, Quatsch. Also, so, nur um jetzt wieder den Ernst der Lage zurückzufinden. Wir sprechen heute über die Kletterkultur und bevor jetzt viele Leute, die mit dem Klettern nichts am Hut haben, abschalten, ihr solltet vielleicht noch ein bisschen dranbleiben, es geht nämlich tatsächlich eigentlich um eine grundsätzlich kulturelle Frage. Es hat viel weniger mit dem Sportklettern oder dem spezifischen Sportklettern zu tun. Wir müssen uns eigentlich eine kulturelle Frage einmal stellen, vielleicht auch gesellschaftlich ganz im Großen eine Frage stellen, die wir beantworten müssen, jeder für sich alleine, denn es ist eine Wertung, es ist eine subjektive Wertung, die wir hier vornehmen. Und auch ich werde heute meinen subjektiven Teil dazu beitragen und meine Meinung hier teilen. Es gibt hier kein richtig oder falsch, man muss hier eine Haltung einnehmen. Und ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist einfach dazu nichts zu sagen oder beziehungsweise dazu keine Meinung, keine Haltung zu haben. Deshalb sprechen wir heute über Routennamen und das klingt im ersten Moment banal, aber ihr werdet später sehen, es geht natürlich um viel mehr als nur um ein paar Routennamen. Wir sprechen heute über Namen wie Neue Deutsche Härte oder Heimaterde oder Walkürenritt oder Totenburg, Ewiges Reich und so weiter. Swastika, fremd bleibt fremd. Es gibt unfassbar viele Klettertouren in den Alpen, in Österreich, in Deutschland, aber interessanterweise auch in Schweden beispielsweise, wo auch dieses Thema immer größer wird tatsächlich. Und diese Routennamen, die sind, man könnte jetzt meinen, naja gut, in den 40er Jahren, da war man halt mal, ja, da war man halt nun mal so. Und da wurden eben diese Touren geklettert und diese Touren gebohrt und dann wurde das eben so genannt. Und dass man es halt noch nicht umbenannt hat, ja, mein Gott, das ist halt auch ein bisschen der Bestandteil der Kletterkultur vielleicht und das ist halt auch kein großes Thema. Klettern ist kein riesiger Sport und so weiter. Das sind alles Argumente, die im Sinne dessen immer aufkommen können und die man bringen kann. Ich glaube, man muss aber hier vielleicht auch ein bisschen mehr Klarstellung reinbringen. Diese Klettertouren oder ein Großteil dieser Klettertouren, die ich hier gerade genannt habe, die sind in aktuellen Führern der aktuellen Literatur vertreten teilweise und sind auch gar nicht so alt. Sie sind teilweise vor 10 Jahren, teilweise auch 15 Jahren, teilweise aber auch erst vor 5 Jahren gebohrt worden und teilweise ist immer wieder der gleiche Erstbegeher bzw. der gleiche Erststeller und der gleiche Name zu finden, wenn es um die Frage geht, wer diese Route benannt hat. Beispielsweise Thomas Behm. Thomas Behm ist ein wichtiger Name in der Kletterszene, vor allen Dingen in Österreich, denn er ist sehr, sehr gut. Er ist ein starker Kletterer. Er hat ein unfassbar gutes Gefühl für die Routenwahl, für das Einrichten von Routen, für das Absichern von Routen und auch wenn er dafür bekannt ist, dass er seine Routen grundsätzlich immer etwas sportlicher, etwas alpiner hält, etwas, ja ich sag jetzt mal, auch mental unangenehmer hält. Er ist definitiv einer der geschicktesten Routenfinder, wenn es noch um das neue Finden von Routen und Linien am Fels geht. Man muss dazu sagen, die Kletterkultur ist ja mittlerweile auch langsam an ihrem, naja, nicht unbedingt an ihren Grenzen angekommen, aber jedenfalls wird es eng. Die meisten Felsen, an denen das Klettern wirklich sinnvoll ist und Spaß macht, die sind bereits komplett vollgebohrt mit Routen und da wurde eigentlich auch schon alles probiert und entdeckt. Auf der anderen Seite gibt es dann eben so ein paar Ausnahmetalente, was das betrifft, wie eben Thomas Behm, der doch sehr, sehr geschickt darin ist, gerade auch in Ostösterreich, viele Routen neu zu entdecken, viel zu finden, wo manche meinen würden, dass das nicht unbedingt geht oder dass das nicht schön ist, dass das keinen Spaß macht. Er ist kein High-End-Kletterer, er klettert keine Zwölfer-Routen, aber er klettert jedenfalls stark und in verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Man muss dazu sagen, das Routen-Entdecken und das Routen-Finden hat auch sehr viel mit Kreativität, mit Vorstellungsvermögen zu tun und auch natürlich mit einem gewissen Grad an Ausprobieren-Wollen und einem gewissen Forscherexpress sozusagen, der da in einem herumfährt. Thomas Behm hat aber die unangenehme Eigenschaft, dass er mit seinen Routennamen anecken will und das schafft er wahnsinnig gut und ich möchte das heute nicht nutzen, um ihm wieder hier eine Bühne zu bieten, sondern ich möchte, dass er seine Aufarbeitung eines Grundproblems nutzen. Er ist ein gutes Beispiel dafür und genau das möchte er auch sein. Er möchte mit seinen Namen, die er den Routen gibt, anecken. Er möchte Messages absetzen und er möchte provozieren. Und diese Provokationen, die funktionieren sehr gut. Natürlich interne oder ich sage jetzt mal sportinterne Magazine oder Seiten, wie Bergsteigen.com haben darüber schon berichtet, aber selbst in die großen News hat Thomas Behm es schon geschafft. In der Zeit war er sogar schon mal auf der Titelseite im Standard und in der Presse hat er es ebenfalls schon zu einer, ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen, einer Berühmtheit geschafft. Diese Klettertouren, die immer von den Erstbesteigern benannt werden, die haben natürlich eine Tradition, also beziehungsweise die Tradition dahinter ist eben, dass der Erstbesteiger den Namen festlegt. Es ist sozusagen die Ehre, die demjenigen zugute kommt, die Belohnung, die demjenigen zugute kommt, dass er eine neue Route für die Allgemeinheit entdeckt hat und gebohrt hat. Das Problem ist nur, dass wenn sich die Ideologie eines Menschen und ich weiß, Thomas Behm, du würdest das natürlich an dieser Stelle vehement bestreiten, dass diese Ideologie, die ein Mensch mit sich trägt, nicht immer, ja, vertretbar ist, gerade in der Öffentlichkeit. Und wir als Kletterer doch in der Öffentlichkeit stehen, allesamt, als ein Mensch im Prinzip, als eine Repräsentationsfläche und als eine Figur, die in der Öffentlichkeit auftreten muss. Und genau hier sehe ich das Problem mit Thomas Behm, denn er sagt zwar immer, ja, er hat früher seine Routen nach den Heavy Metal, in der Heavy Metal Kultur, die Namen dafür in der Heavy Metal Kultur gefunden und später hat er es als, ja, Koketterie oder auch als Provokation verwendet und es sollte überhaupt nicht verherrlichend sein oder irgendwie mit dem Gedankengut spielend gemeint sein. Das ist überhaupt nicht sein Ansatz. Er findet die Verbrechen, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch der Vollständigkeit halber, der journalistischen Vollständigkeit halber erwähnen, er findet die Verbrechen des NS-Regimes absolut widerwärtig und verurteilt diese. Das sagt er selber. Aber was Menschen tun und was Menschen sagen, wir wissen es, das können manchmal zwei verschiedene Dinge sein und in diesem Fall könnte es kein besseres Beispiel dafür sein. Denn wenn man sagt, dass man Dinge nicht verherrlicht und wenn man sagt, dass man Dinge eigentlich verurteilt, dann sollte man ihnen keine Bühne bieten. Und ja, die NS-Zeit, sie ist lange her und es gibt sehr viele Menschen, die im Internet auch dazu sagen, naja, es ist ja auch wirklich eigentlich keine große Sache. Es ist ja eigentlich doch egal, wie eine Route heißt. Ich muss mich ja nicht beschäftigen damit. Ich muss diese Bücher ja von ihm nicht kaufen und so weiter. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, Thomas Behm schreibt gute Bücher und die Kletterliteratur von ihm ist wahrlich brauchbar. Aber das alles hängt überhaupt nicht miteinander zusammen. Wenn ein Mensch ein Gedankengut versucht, an die Öffentlichkeit zu bringen, dann nutzen viele Menschen unterschiedliche Wege. Ich beispielsweise nutze für mein Gedankengut YouTube und Podcasts und eine Plattform. Ich nutze dafür Instagram. Andere Menschen nutzen dafür vielleicht die Bühne als Theaterspieler oder vielleicht auch als Comedian auf einer Bühne. Jeder Mensch nutzt irgendwie eine Möglichkeit, um sein Gedankengut mehr oder weniger in die Öffentlichkeit zu bringen, wenn er der Meinung ist, dass es das wert ist oder dass das wichtig sein könnte. Auch Thomas Behm macht das. Und Thomas Behm macht das in einem sehr absurden Sinne, denn selbst die Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen, die müssen es mehr oder weniger, wenn sie in Teilen der Alpen klettern gehen wollen. Vor allen Dingen in der Region Wien. Das alles ist, wie gesagt, man kann es natürlich alles auch ignorieren und egal finden. Das ist aber nicht ganz mein Zugang. Ich glaube, diese Routen verdienen es, bessere Namen zu erhalten. Thomas Behm ist ein guter Kletterer. Ich habe es ja schon erwähnt. Und die Lobhuldigungen können wir an dieser Stelle jetzt, glaube ich, mittlerweile abschließen. Thomas Behm weiß, was er tut, aber das, was er mit seiner Message dahinter vermitteln möchte, egal wie er dazu steht, ja, das sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man das tatsächlich so übernehmen möchte. Die Literatur von Alpenverein und Co., diese Leute, die dahinter stehen, die denken immer wieder darüber nach, ob sie die Routen so in diesem Stil überhaupt in ihre Literatur aufnehmen wollen. Und ich finde, das ist eine interessante Botschaft, die dadurch vermittelt wird. Es beschäftigt sich ja mit dem Gedanken, dass man einen Menschen unter Anführungszeichen cancelt, weil er nicht dem Bild entspricht, das man als Verein beispielsweise oder auch als Verlag transportieren möchte. Hier möchte ich ehrlich gesagt auch mich selber nicht ganz positionieren, weil ich dazu eine gespaltene Meinung habe. Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, wenn ein Verlag eine Haltung hat und diese mit der Haltung eines anderen, eines Zulieferers sozusagen von Informationen, nicht übereinstimmt, es hier zu einem, ja, unklaren, aber sehr indirekten Konflikt kommt und dann letztlich das so entschieden wird. Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man Menschen, die mit so einem großen Stolz dieses Gedankengut hier an den Mann bringen wollen, vielleicht auch gar nicht canceln, sondern ganz öffentlich platzieren und sagen, dieser Mann ist für die Benennung dieser Route so verantwortlich. Jeder darf davon halten, was er oder sie möchte und sollte wissen, wem das zuzuschreiben ist. Das hat übrigens überhaupt nichts mit dem Pranger zu tun, denn der Pranger wäre es ja, wenn jemand im Geheimen, im Stillen etwas tut und ich es öffentlich mache. Aber in diesem Fall möchte diese Person ja Öffentlichkeit erreichen, sonst würde er auch keine eigenen Bücher formulieren. Jetzt möchte ich aber weg von Thomas Behm. Es ist ein Mann, mit dem ich mich nicht identifizieren kann und es ist erst, wie gesagt, nur ein Beispiel für das Problem, um das es heute eigentlich gehen sollte. Heute sprechen wir vor allen Dingen über die Frage, wie Kletterkultur sich eigentlich entwickelt hat und wie sie heute aussieht. In Wirklichkeit ist die Kletterkultur, wie so vieles im Bergsport, nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen eine rechtslastige gewesen. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie man sich heute vielleicht irgendwie Neonazis vorstellt. Das war es überhaupt nicht. Das waren jetzt keine Skinheads beim Felsklettern, sondern es waren einfach Leute, die aus dieser Kriegszeit noch geprägt waren und die dementsprechende Haltungen mitbrachten. Diese Routennamen, aber auch die Kultur und das Symbol dahinter, das war immer in der Nachkriegszeit sehr ähnlich geprägt, sehr rechtslastig, sagen wir es mal so. Natürlich waren dann in den 70er Jahren, als die Hippie-Bewegung Einzug hielt, das alles vorbei. Man kann eigentlich das Klettern nicht mehr so richtig einordnen und das geht auch bis heute nicht. Man darf nicht vergessen, dass vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren eine Durchmischung stattfand, die so wichtig für den Klettersport und auch für den Bergsport, aber vor allem fürs Klettern war, dass sie eigentlich immer noch heute oder dass wir heute immer noch die Früchte davon tragen. Heute gibt es auch Leute, die etwas konservativer sind oder rechts sind. Es gibt Leute, die wie Thomas Behm versuchen, an Ecken, an allen Ecken und Enden zu provozieren mit eben solchen Schlüsselwörtern, mit denen man einfach gut provozieren kann. Und es gibt aber gleichzeitig auch immer noch die Hippies und die jungen Hippies, die Juppies sozusagen, die heute einfach in Schlabberhosen und nach 18 Tagen nicht duschen, am Fels herumliegen und mit ausreichend Dope im Hirn einfach herumklettern oder kraxeln. Und gleichzeitig gibt es aber immer noch diese, ich sag jetzt mal, sehr strammen Männer, die einfach sehr, ich sag jetzt mal, konservativ auftretend auch ihren Platz am Fels haben. Und das alles hat sich in den 70ern und 80ern entwickelt und ist bis heute so ein bisschen erhalten geblieben. Es fangen heute immer noch die ländlichere Bevölkerung, die doch etwas konservativer eingestellt ist, zum Klettern an. Und es fangen auch immer noch die Hippies aus der Stadt zum Bouldern vor allen Dingen heute an, aber vor allen Dingen auch zum Klettern. Es gibt heute Städte wie München oder vor allen Dingen Innsbruck und Bozen, wo sehr viele junge Leute sind, wo es vor allen Dingen einfach um dieses moderne, junge, hippe Klettern geht. Und das gab es aber in den 80ern in dem Sinne auch schon. Und die Konflikte am Fels, die waren tatsächlich immer schon gegeben und die sind heute sehr abgeflacht, weil es heute viele Klettergebiete gibt und sehr große und sich alle so ein bisschen wieder zurückziehen und weniger diese Connection untereinander suchen. Das war früher aber anders. Früher haben sich tatsächlich die Hippies und die Nazis, um das jetzt ganz extrem darzustellen, die Hippies und die Nazis am Fels auch ab und an gezankt. Das war im Frankenjura in Franken der Fall. Das war aber auch in Österreich, in den Voralpen der Fall. Da gibt es immer wieder auch Aufzeichnungen und interessante Erzählungen aus den 70er Jahren. Das alles muss man nicht jetzt unbedingt direkt bewerten. Es ist aber ein spannender Blick, weil sie direkt auch die Frage aufwirft und das ist eben die Frage, die ich eingangs gemeint habe. Wie können wir eigentlich Politik aus einem Sport fernhalten? Aber vor allen Dingen, wie können wir Politik und auch geschichtliche Fragen in den Sport integrieren, wenn wir es nicht schaffen, sie fernzuhalten? Sollte es letztlich eigentlich Tabus geben, wenn es um die Frage geht, wie man Routen benennt? Es geht hier um Einzelpersonen. Diese Einzelpersonen bekommen eine große Macht, denn sie schaffen eine neue Route, sie schaffen etwas Neues, mehr oder weniger, sie entdecken etwas Neues. Aber jedenfalls geben wir ihnen damit auch das Recht und die Macht, sehr viel eigene Ideen und sehr viel eigenes Gedankengut in die Weiterentwicklung dieses Projekts zu stecken. Das ist vielleicht immer unproblematisch. Vielleicht sollten wir einfach sagen, okay, dieser Mensch ist eben so und er hat das geleistet, wir müssen jetzt eben damit leben, dass das seine Einstellung ist. Wir könnten ja beispielsweise, wie es in manchen Orten auch schon mal passiert ist, es gab diese eine Route, ich glaube, sie ist an der hohen Wand, wenn ich mich nicht täusche, diese Route heißt Festung Europa und weiter drunter stand dann ein Schild in der Wand im Gedenken an jene, denen die Festung Europa das Leben genommen hat. Das alles ist eine irrwitzige Auseinandersetzung, eine politische Auseinandersetzung an einem Fels, in dem ein Weg, eine Route gebohrt wurde. Das ist so politisch, aber gleichzeitig auch so unpassend. Es findet überhaupt keinen Platz in unserem Sport, sich über solche Dinge auseinanderzusetzen, ohne das bewerten zu wollen. Egal, ob das Hardliner linker Ansichten sind und Hardliner rechter Ansichten, man findet beides in den Alpen, man findet beides sehr prominent teilweise. Es wird auch teilweise an den Felsen mit Graffiti solche, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Denkmäler gesetzt. Und das alles ist so absurd und so falsch an dieser Stelle, dass wir uns aber trotzdem fragen müssen, wie setzen wir uns eigentlich selber damit auseinander? Denn es gibt eben diese prominenten Fälle, wie auch Thomas Behm, der sich eben damit auch einen Namen gemacht hat, der auch damit Geld verdient, weil er Bücher damit verkaufen kann und weil er natürlich auch eine Szene bedient. Wir dürfen nicht so blauäugig sein und glauben, dass er hier damit ein Einzelgänger ist. Es gibt sehr viele rechte und nationalistische Ansichten in der Bergsportszene, genauso wie es sehr viele linke und sehr liberale Ansichten in der Bergsportszene gibt. Wie gesagt, wir leben in einer sehr, sehr, sehr durchmischten Welt, in einem sehr, sehr durchmischten Sport. Es ist aber wichtig, darauf aufmerksam zu machen und das ist eigentlich der Hauptsinn der heutigen Episode. Es ist sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Namen gibt, dass es diese Trends gibt, dass es diese Entwicklungen gibt und dass es diese Personen gibt, die sehr viel Einfluss auf eine Szene haben und gleichzeitig aber diesen Einfluss auch für ihre politischen Statements nutzen und eine Message hinterlassen wollen. Wir müssen diese Message nicht wahrnehmen, wir müssen sie nicht mal hören, aber unterbewusst ist sie irgendwie eben dann da. Ich persönlich klettere auch solche Touren, weil ich finde, dass die Touren für sich alleine stehen können und überhaupt keine Bewertung des Namens oder sowas erfolgen muss. Das ist meine eigene Meinung dazu. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Die Tour für sich allein ist nämlich schön, beispielsweise. Ich rede jetzt nicht von der Festung Europa oder sonst was. Ich habe jetzt gerade kein konkretes Beispiel für eine schöne Tour aus dieser Liste, aber die Touren sind teilweise sehr schön und haben fragwürdige Namen, aber ich setze mich dann mit dem Namen nicht auseinander und mache das auch nicht sehr publik, dass diese doch sehr fragwürdige Person, egal welche Person man jetzt hier heranziehen möchte, hier eine tolle Arbeit geleistet hat, weil es ist eben dann doch eine Person, mit der ich mich persönlich auch nicht, ich sage jetzt mal, identifizieren kann. Gleichzeitig hat dieser konservative und auch teilweise nationalistische Gedanke beim Klettern in manchen Regionen für absurde Trends gesorgt. Das kann man manchmal zurückführen auf Traditionen, aber Traditionen und konservatives Gedankengut, ich rede jetzt hier übrigens nicht mehr von Neonazis oder Sonstigem, sondern einfach konservativ eingestellten Menschen und Traditionen, das liegt einfach sehr nah beieinander. Und ein Beispiel dafür sind viele Teile des Frankenjuras, sind Teile der Sächsischen Schweiz, sind Teile auch in den österreichischen Voralpen. Und hier trifft man nämlich tatsächlich nochmal echte Traditionen mit ähnlich mehr oder weniger problematischen Gedanken, die dahinter stehen. Die Traditionen reichen hier von, ja, eine Absicherung mit Metall ist nicht erlaubt oder eine Absicherung mit Bohrhaken ist nicht erlaubt oder man darf keine Routen bohren, sondern man muss sie freiklettern können. Da gibt es sehr, sehr viele absurde Regeln, die aufgestellt wurden, teilweise vor 50 Jahren und die jetzt verteidigt werden. Ja, und das sehr, sehr rigoros. Die Frage ist, ob Traditionen einen Sinn haben oder nicht. Das ist natürlich wieder eine etwas werthergeholte Frage. In manchen Bereichen würde ich sagen ja, in manchen Bereichen würde ich sagen nein. Manche Traditionen haben ja auch tatsächlich einen sinnvollen Hintergrund, beispielsweise, dass im Teilen des Elbsandsteingebirges das Chalk, also das Magnesium, nicht erlaubt ist. Das hat ja nicht nur den Sinn der Tradition, sondern das hat vor allen Dingen auch den Sinn der Erhaltung des Felsens und der Erhaltung des Klettergebiets. Also da ist es natürlich sinnvoll. Auf der anderen Seite ist es aber komplett sinnlos, wenn man beispielsweise sagt, man darf nur dieses und jenes Sicherungsgerät verwenden oder man darf nur dieses oder jenes Absicherungsmittel wählen, weil die anderen sind verboten. Das sind Traditionen, die haben nichts mit der Realität, nichts mit der brauchbaren Realität zu tun. Und hier ist es dann auch absurd, wenn man sich mit solchen Leuten unterhält über die Herkunft dieser Traditionen und über die Sinnhaftigkeit. Denn dann merkt man erst, wie sinnlos Traditionen teilweise sein können. Man rutscht hier bei diesen Diskussionen sehr schnell ab in die Frage, ja, dürfen alle Leute klettern, es darf nur der starke Mann klettern, der das auch schafft, dass er zum Beispiel zu seinem ersten Haken auf sieben Metern Höhe raufkommt. Und wer das nicht schafft, der ist eben nicht stark genug. Ich möchte jetzt hier nicht diese, also es gibt theoretisch hier auch einen ganz, ganz ekelhaften Bezug zu Adolf Hitlers Mein Kampf, in dem es auch heißt, dass jemand, der nicht stark genug ist, um etwas vollbringen zu können, dann ist er eben nicht stark genug für Deutschland und muss halt zurückgelassen werden. Das ist ein Auszug aus Mein Kampf, den ich hier jetzt nicht in aller Gänze zitieren möchte, auch weil ich nicht möchte, dass dieses Video oder der Podcast dafür irgendwie gefleckt wird. Ich möchte nur darauf hinaus, es geht sehr, sehr schnell mit Traditionen auch in sehr schiefe Richtungen. Ich möchte nicht sagen, dass alle Traditionen schief sind. Ich möchte auch nicht sagen, dass alle Traditionen sinnlos sind. Ich habe es hier an dieser Stelle auch betont. Ich weiß auch, dass Rechtsextremismus in der Bergsportszene kein Problem ist, das man gerne anspricht. Es ist aber vorhanden. Wir können das so lange ignorieren, wie wir wollen. Wir können auch so lange über den Elefanten im Raum drüber schauen, wie wir möchten. Er ist trotzdem hier und er ist trotzdem gegeben. Es gibt eine Fremdenfeindlichkeit im Bergsport. Es gibt einen Ausländerhass. Es gibt auch einen Hass auf Touristen demnach. Der ist aber dann etwas zurückgesteckt, gerade wenn man daran verdienen kann. Es gibt Rechtsextremismus in dieser Szene. Aber es gibt auch sehr radikal Linksextremismus. Ich habe schon mit Leuten zu tun gehabt, die absolut Hardliner Linke waren und auch in der Kletterszene unterwegs sind. Man kann das alles nicht pauschalisieren. Man sollte aber darauf aufmerksam machen, denn es ist eine politische Diskussion. Es ist ein politischer Rahmen, in dem wir uns bewegen und wir müssen uns eben diese eine Frage stellen. Wie nehmen wir eigentlich diesen Rahmen wahr? Wie gehen wir mit politischem Aktivismus in der Kletterszene um? Wie gehen wir auch mit politischem Aktivismus im Bergsport ganz allgemein um? Denn alle Menschen sind mehr oder weniger politisch, haben zu allem mehr oder weniger eine Haltung. und in diesem Sinne ist es auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und hier kein Konfliktpotenzial schafft. Gleichzeitig, und das ist jetzt hier meine Meinung, ich bin auch der Meinung, dass man Menschen, die ganz dreist solche Dinge nutzen und solche Diskurse auch nutzen, um sich selbst eine Bühne zu geben, einfach ignoriert werden sollten, dass solche Menschen da verschwinden sollten, wo sie hingehören, nämlich in die Missachtung des Sports. Denn ich möchte ganz pauschal sagen, wir sind besser als rechtsradikales Gedankengut und wir sind besser als Neonazis und als der Nationalsozialismus. Unser Sport wurde maßgeblich von diesen Menschen weiterentwickelt, aber wir als Generationen, zwei Generationen, drei Generationen nach dieser Zeit haben aus diesem Sport etwas viel, viel Besseres und Größeres gemacht, als hier heute viele Leute oder manche Leute versuchen, daraus zu machen und das alles wieder zurückzureduzieren auf eine Ebene, mit der wir eigentlich schon lange abgeschlossen haben. Und das möchte ich an dieser Stelle auch als Schlusswort einwerfen. Wir sind deutlich besser als das, was hier teilweise propagiert wird. Wir sollten uns davon medial nicht so beeindrucken lassen. Auch die Medien stehen hier in der Verantwortung, dass sie sich eben nicht dazu hinreißen lassen, diesen Leuten auch noch eine große Bühne für ihre Bücher und für ihren Namen geben zu lassen. Denn das sind sozusagen Provokationen und diese Provokationen wollen eigentlich nur darauf hinaus, irgendwie erwähnt zu werden, irgendwie einen Diskurs zu starten, wo eigentlich vorher gar kein Diskurs notwendig war. Und genau dabei sollten wir es auch belassen. In diesem Sinne, das ist ein heißes Thema und das ist ein politisches Thema. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es auch in den YouTube-Kommentaren bei mir gewisse Regeln gibt. Und auch wenn ihr mir Mails schreibt, es nützt nichts, wenn ihr mir in den Mails schreibt, dass ich linksradikal oder rechtsradikal bin und dass ich ein Nazi-Versteher oder sonst was bin. Das hilft nichts. Ihr kriegt keine Antworten darauf. Ihr kriegt keine Bühne dafür. Und auch in den YouTube-Kommentaren wird das genauso gehandhabt. Über jeglichen Diskurs bin ich aber sehr dankbar. Ihr könnt darüber auch gerne in den Kommentaren diskutieren. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Bleibt sachlich, wenn ihr in den Kommentaren unterwegs seid und bergheil.